Mein Name ist Anja Schlömer-Kämper. Ich bin Professorin am Institut für Mathematik und leite den Lehrstuhl für Mathematik in den Naturwissenschaften. Meine Forschungsinteressen liegen in der mathematischen Analysis und hier im Gebiet der partiellen Differenzialgleichungen und der Variationsrechnung. Die meisten meiner Projekte sind durch Anwendungen in der Physik und in Materialwissenschaften motiviert. Als Vizepräsidentin bin ich für die Themen Chancengleichheit, Karriereplanung und Nachhaltigkeit zuständig. Dies sind Querschnittsbereiche, die unser gesamtes wissenschaftliches Personal und unsere Studierenden in Forschung, Lehre und Selbstverwaltung betreffen und ebenso für unser wissenschaftsunterstützendes Personal von Bedeutung sind. Mein Ziel ist es, unsere bereits vorhandenen Erfolge in der Frauenförderung auszubauen und zudem andere Bereiche der Chancengleichheit in der gesamten Universität voranzubringen. So denke ich zum Beispiel an die Unterstützung von Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftlern aus nicht akademischen Elternhäusern, etwa durch eine gezielte Karriereförderung. Über die genannten Themen hinaus werde ich mich für die Stärkung der sozialen, ökonomischen und ökologischen Nachhaltigkeit einsetzen. Diese Querschnittsaufgaben in Forschung, Lehre und Verwaltung erfordern von uns allen eine gemeinsame Anstrengung, um unsere Universität und unsere Gesellschaft erfolgreich in die Zukunft zu führen. Ich freue mich darauf, diesen Prozess gemeinsam mit allen Universitätsangehörigen zu gestalten. Vielen Dank!